Willkommen! Ein ganz besonderes Schnäppchen. Heute das Video direkt von unserer Fotofläche für Sie. Willi Schillig, Elex, Garnitur 22850 mit Fährkern im Sitz in Leder schwarz. Eine zweiteilige Eckformation, viel Platz für eine ganze Familie, pflegeleichtes Longlife-Leder, hohe Bequemlichkeit. Ups, schnackelt die Backe die Bau. Sie können in jedes Element auch noch Kopfschützen reinstecken, sind nicht dabei. Und Sie haben natürlich einen fantastischen Preis. Hier haben Sie eine Garnitur für fünf Personen mit wirklich viel Platz zum Sitzen und aber auch zum Lümmeln. Elex, eine Garnitur für alle Familien, die es gerne bequem haben und doch klassisch in der optischen Wirkung. Sind Sie das, dann schnappen Sie zu bei diesem Ausstellungsstück und Tschüss!